Ok, Lertaste oder Maustrad? Hinter mir? Lertaste, ja. Fahr, Fahr, Fahr. Vollgas! Wunderbar, so müssen wir hin. Zumindest ein Stück, wir müssen aber nach Süden gehen. Guck mal. Gehst du zurück? Was ist passiert? Ich hab mich da eingetroffen von oben. Ich seh dich gerade nicht, ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Lass es mir auch passieren. Genau dasselbe. Stein gelandet auch, ja. Ah, da bist du. Jetzt? Ja. Auf die da. Oh! Ich reparier mal. Ähm, die Geschwindigkeit wird noch mit 2 multipliziert. Kann weitergehen. Ah! War da ein Fallschirmspringer oder war... Ach, du warst. Das bin ich. Da hinten sind auch Fallschirmspringer, ja. Wuuuuh. Das ist ein Gäck. Achso. Über die Häuser. Über die Häuser. Da sind noch nicht. Ach, Ausweichmanöver. Wohohoho. So wett so nicht. Wihihi. Na gut, jetzt sind wir hier. ATIF-Ast-Earchen. Ja. Ist irgendwas? Vor dessen Camp. was fehlt ist ein sound nach rechts oder? genau hier runter erstmal was? quasi auf die straße ich habe nur nach rechts gehört aaaaaaah, warum? kapo, nicht warum? willst du da einsteigen? bei mir? ich meine du kannst noch schießen ich kann so aufschießen oh ich bin in der Fallschirmanimation hier ist es, bin da hier ist ein Raser ich weiß, ehrlich gesagt, da wird bei dir geschossen ich bin in der Fallschirm ich bin in der Fallschirm da, mir geht die Munition aus oh du bist auch da ich bin in der Fallschirm 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 Blum, ähm, ich muss mal basteln. Wenn du die ganzen Leute lootest. Ich sehe, wo du bist. Oh, da fliegst du. Oh, da sind welche in den Slums zwischen uns, jetzt unter dir. Da rennt wer. Immer noch? Oh, da, ja, ich sehe sie. Das ist lustig. Du bist auch da. Guck, guck. Was ist hin? Ja. Erwischt. Erwischt. Äh, wir brauchen noch Superheadenentzüge. Ich sehe Bewegung. 100 Meter. Let's play. Ah, Moment. Gesehen, du warst auch hier. Achtung. Man kann auch chargen. Okay. Schöne Stadt haben sie da. Wäre zu schade, wenn ihr was passieren würde. Oh, da unten läuft wer. Siehst du da die Brücke im Nordosten? Ja. Kurzer Abstecher. Ich habe einen Skoda erwischt. Oh, ist komplett weg. Nein, da. Andere Richtung. Ah, ich rappel mich. Oh, oh. Okay, warum bin ich an keinen Schiss? Ich bin an keinen Schiss. Ich liege ja daneben. Ich liege durch Nordosten. Oh. Da hat irgendwas mit einer Rakete geschossen. Ja, äh, andere Seite. Andere Seite unten. Jetzt fuchst du ungefähr zu mir runter. Versuch dich im Wasser zu landen. Das tötet dich. Er hört mich jetzt so ein bisschen an. Wie hieß das nochmal? Saints Row 4. Ja, genau. Saints Row 4. Das müssen wir auch immer wieder spielen eigentlich. Okay, zurück zum E-Werk. Warte, ich stehe Tankstelle. Okay. Boah, jetzt sehe ich das auch passen. Wo bist du denn? Auf der Straße. Hinter dir. Rechts. Leicht. Pfeffer. Ich denke, wenn wir zu den Hubschraubern gehen, dürfen wir nicht schnell landen. Müssen wir vorsichtig landen. Oder weit weg. Da bist du. Mach mal ein Low Damage Falls denn wieder, wenn ich hier da belebt hast. Der Revise macht das. Der benutzt hier ein Low Damage Falls, wenn man tot ist. Wir müssen... Da. Da bin ich. Ich bin auch da. Da wieder aufstehen. Mit zwei U.S. Aber jetzt nicht slammen. Ich bin drauf gelandet. Ich bin drauf gelandet, dass die uns abholen und komplett nur nach Hause springen können. Okay. Bin drin. Also Performance, kein Problem jetzt. Ich brauche gerade eine Revive-Camp, die sind aber flüssig. Bis Kryptos aktiv? 12. Perfekt. Weniger als 12. buried mir das. ное X5. Rabbinde!